Hi, mein Name ist Peter Fram und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Fram, mein 20-jähriger Bruder ist vergangenen Montag in einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Ihre Videos haben mich vor seinem Tod in meiner Persönlichkeitsentwicklung so weit gebracht und trotzdem fühle ich mich, als würde dieses Ereignis mein Leben so stark beeinflussen, dass die ganze Arbeit an mir selbst in der Vergangenheit jetzt völlig über den Haufen geschmissen ist. Ja, die Mail geht noch weiter, aber da hacke ich kurz mal ein und zwar erstmal natürlich mein Beileid. Es ist ja immer schwierig, wenn gerade die Leute in so einem jungen Alter so sterben und dann auch noch so unnötig, natürlich durch einen Autounfall, wo man genau weiß, dass in 20, 30, 50 oder 100 Jahren spätestens die Karren alle selbst fahren und dann die Unfallrate natürlich drastisch gesenkt wird, sodass dieser Unfall ihres Bruders so wahrscheinlich in der Zukunft nie wieder passieren würde. Deshalb von mir herzliches Beileid und da sind wir aber schon an dem Punkt, was Sie geschrieben haben, ja, am Montag ist mein Bruder gestorben und jetzt bin ich komischerweise in einem Loch. Doch, das ist völlig normal und da ist es, auch wenn es vielleicht vom höchsten Level betrachtet her, ja, immer noch Bedeutungsgebung ist. Aber da sind wir dann vielleicht auf unserem menschlichen Säugetier-Level dann doch an der Grenze angekommen, wo man vielleicht dann doch nicht sagen kann, vielleicht auch nicht sagen sollte, ja, komm, scheiß drauf, weiter geht's, halb so wild, macht nix. Das ist awesome, next level, denn das ist ja jetzt im Schnitt fürs menschliche Säugetier, wie ich immer sage, keine Lappalie im Sinne von, ja, meine Freundin ist mir fremdgegangen oder abgehauen oder der Job ist weg oder mein Auto ist mit den falschen Fußmatten ausgeliefert worden, sondern sowas wirkt ja wesentlich heftiger auf die menschliche Psyche und auch auf die Familienpsyche, wenn man es denn so nennen will, auf die Familiendynamik. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das zum Beispiel eines der Themen ist, das man vielleicht doch ein bisschen ernsthafter angehen sollte und nicht ganz so spielerisch, wie ich das sonst bei vielen Sachen immer empfehle. Ja, weiter geht's in der Mail. Meine Frage ist, ob sich selbst so dramatische Schicksalsschläge irgendwann eine positive Bedeutungsgebung geben lassen können oder auch wie man auf andere Art damit umgehen sollte. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ratschläge, die mir in anderen Themen schon sehr oft geholfen haben. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich behaupte, dass es da zwei Lösungsansätze gibt, von denen ich eine Lösung klar favorisiere und die andere überhaupt nicht favorisiere, das heißt absolut nicht empfehlen kann. Und zwar wäre die Lösung Nummer eins und das wäre meines Erachtens so die Kindergartenlösung. Ja, einfach das Thema komplett zu ignorieren und auszublenden und sich nicht damit zu beschäftigen, indem sie einfach religiös werden. Ja, kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Das heißt, sie könnten ja, wie das viele so machen, sich einfach überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen, sondern einfach die Finger in die Ohren und sich mit Gott froh schwätzen. Denn dann wäre ja sowieso alles scheißegal, weil ihr Bruder ja jetzt an einem besseren Ort ist und nach dem Tod sehen sich sowieso alle für immer wieder. Also who cares? Ja, das wäre so die eine Variante. Einfach alles ausblenden, sich wie ein Kind nicht damit beschäftigen und mit dem Weihnachtsmann froh schwätzen und dementsprechend eben auch nichts draus lernen und auch bloß nicht dran wachsen. Ja, also diese Lösung in Anführungszeichen kann ich, wie sie raushören, eher nicht empfehlen. Aber Lösung Nummer zwei kann ich überraschenderweise eher empfehlen und zwar wäre das, das Ganze wie ein Erwachsener anzugehen und das Thema vernünftig zu bearbeiten, psychologisch auch und damit dann auch das Schicksal ihres Bruders zu ehren und zu respektieren und auch sein Leben und seinen Tod damit ernst zu nehmen. Indem sie sagen, so wie sie es mir auch geschrieben haben, ja es ist ein Schicksalsschlag und es ist jetzt eine schwierige Zeit im Moment. Diese Herangehensweise ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil wie gesagt, man kann sich nicht einfach die Finger in die Ohren stecken und sagen, bla bla bla, ist alles nicht passiert, ist alles völlig wurscht. Sondern man muss dann das ganze Thema bearbeiten und auch mit den Emotionen klarkommen, die damit einhergehen und das bringt mich zum ersten Punkt, der wichtig ist bei der ganzen Bearbeitung und zwar das Thema Wut, Trauer und Schuld. Denn vor allem das Thema Schuld, das ist so eine merkwürdige Eigenart des menschlichen Säugetiers, sich für alles mögliche die Schuld zu geben, auch was überhaupt nichts mit einem selbst zu tun hat, beziehungsweise wo man offensichtlich überhaupt keine Schuld dran haben kann. Das heißt, außer natürlich, sie haben das Auto gefahren und den Unfall verursacht, ja, das ist vielleicht nochmal was anderes dann, wenn das so sein sollte, schreiben sie mir nochmal. Aber so wie sie es geschrieben haben, gehe ich jetzt mal nicht davon aus und das heißt, Schuld ihrerseits, auch wenn das hochkommen kann, wie gesagt, die Irrwege und Eigenarten des menschlichen Säugetiers, Schuld ihrerseits wäre hier völlig unangebracht. Und da dann bitte mal in sich hineinhorchen, ob gegebenenfalls so eine Dynamik in ihnen drin ist, ja, oder so eine Schuldstory nach dem Motto, ich bin da irgendwie, bin ich so halb mit dran schuld und ich hätte es verhindern können und was hätte ich denn tun können und hätte ich doch bloß dies und das und jenes gemacht. Und falls dem so sein sollte, falls diese Dynamik in ihnen drin sein sollte, dann bitte dieser Dynamik direkt ins Gesicht gucken und auf liebevolle, aber bitte trotzdem bestimmte Art und Weise sagen oder imaginär sagen, Bullshit, es hat nichts mit mir zu tun, es ist nicht meine Schuld oder das positive Äquivalent dazu, ich vergebe mir, falls diese Dynamik, ich bin schuld, in ihnen drin sein sollte. Und das, wenn nötig, so oft, wie es eben nötig ist. Außer, wie gesagt, sie haben das Auto gefahren und den Unfall verursacht, dann bitte nochmal schreiben. Ja, das war im Groben der Punkt Schuld und dann kommen wir von der Schuld zum nächsten Thema und zwar das Thema Wut und ich denke, das Thema ist jetzt für die meisten Leute, auch wenn sie jetzt psychologisch nicht geschult sind, schon eher einleuchtend, dass man halt Wut empfindet, ja, dass in ihnen ein Groll eine Riesenwut sein müsste und zwar Wut auf die Welt, Wut auf den Unfallverursacher vor allem und es gibt aber auch da wieder beim Thema Wut eine ganz eigenartige menschliche Säugetierdynamik und zwar die Wut auf ihren Bruder, wo viele jetzt wahrscheinlich sagen oder denken werden, ja, was, wieso denn Wut auf den Bruder? Ja, er vermisst den Bruder, doch, wieso soll er denn wütend auf den Bruder sein, warum denn? Nein, aber das ist eine ganz häufige, oft unterbewusste Dynamik, dass man eben wütend auf den Bruder ist nach dem Motto, wie konntest du mich nur verlassen, wie konntest du mich nur hier alleine zurücklassen und jetzt mit der Trauer und der Wut und wenn denn Schuld da ist, auch noch mit der Schuld zurücklassen. Und diese Wut gibt es ja wie gesagt auch in beiden Fällen, egal ob er jetzt selbst schuld war oder ob jemand anderes der Unfallverursacher war, denn wenn er nicht selbst schuld war, dann gibt es wie gesagt oft diese, ja, ich will es mal irrationale Wut nennen nach dem Motto, wie konntest du mich einfach verlassen, hier im Stich lassen, ohne dich vernünftig zu verabschieden, das ist auch noch oft ein Element. Oder halt die klassische Wut auf den Unfallverursache, wenn er es nicht selbst war, sondern ihm jemand reingefahren ist. Da kann ich nur empfehlen, sämtliche Rache-Fantasien und Rache-Aktionen bloß sein zu lassen. Und bei dieser Wut auf den Bruder, diese, wie kannst du mich hier zurücklassen, ich bin stinksauer auf dich, da hat man dann oft Manschetten, diese Wut zuzulassen, weil man denkt, ja, hallo, mein Bruder ist gestorben, ich kann doch jetzt meinem toten Bruder nicht auch noch den Stinkefinger ins Grab reinzeigen, was bin ich denn für ein Unmensch. Und da empfehle ich aber auch, darüber hinwegzusehen bzw. diesen Gedanken wegzulassen, was bin ich hier für ein Unmensch, sondern Wut ist hier völlig normal, ist eine klassische Dynamik und vor allem, wenn er selbst schuld war, dann eben oft noch mehr, auch wenn es irrational ist. Das heißt, die Wut also nicht reinfressen, wie fast alle das so machen, sondern bitte konstruktiv rauslassen. Und das können sie halt so machen, dass sie einmal am Tag gezielt ein bisschen ausrasten, ja, kaufen sich einen Boxsack und rasten einmal am Tag ein bisschen aus. Oder was es auch gibt, ist von Jochen Schweitzer oder My Days oder wie es heißt, ja, Auto zertrümmern, das heißt, sie lassen sich einen alten Golf auf den Schrottplatz hinstellen, zahlen 100 Euro dafür oder was es kostet und machen die Kiste dann mal eine Stunde lang zur Schnecke mit einem Brecheisen und einem Baseballschläger. Da weiß ich nicht, ob die Jungs vom Schrottplatz oder von Jochen Schweitzer dann unbedingt dabei bleiben wollen, deshalb da würde ich dann sagen, hier Leute, mein Bruder ist gestorben, ich muss jetzt mal eine Stunde lang ausrasten, bitte lasst mich mal alleine und ich verspreche auch, ich werde mir nichts tun. Und da auch ein bisschen aufpassen, ja, wenn sie da ausrasten, dass sie im Ausrasten noch halbwegs rational bleiben. Oder was es auch mittlerweile ab und zu mal gibt in Deutschland sind Wuträume, das heißt, man zahlt dann da auch 100 oder 150 Euro und kriegt dann so ein altfränisches Wohnzimmer mit einem Fernseher und Regalen und alten Tellern vom Sperrmüll hingestellt und darf die Bude dann mit verschiedenen Werkzeugen eine Stunde lang zur Schnecke machen. Das würde ich gegebenenfalls an ihrer Stelle mal testen, um einfach keine Wut reinzufressen. Ja, also das Gegenteil von dem machen, was die meisten Leute, die psychologisch keine Ahnung haben, machen würden und zwar statt es halt reinzufressen, einfach mal genüsslich ausrasten sozusagen. Und dann der dritte Punkt ist die Trauer und da bitte das Gleiche machen, das heißt, die Trauer auch nicht in sich reinfressen, wie die meisten das wieder machen, sondern auch wenn es geht, konstruktiv rauslassen. Also bewusstes Trauern sozusagen. Und die klassische Empfehlung ist da eben abends halt sich bewusst Zeit dafür nehmen, ja eine Viertelstunde oder was auch immer ihnen gut tut. Das heißt, wenn es irgendwie geht, nicht reinfressen und abschotten und ignorieren und nein, ich will mich gar nicht damit beschäftigen und gar nicht drüber nachdenken, sondern halt bewusstes Trauern, was dann auch bewirkt, wenn sie das so dosiert machen und sich abends bewusst alleine Zeit dafür nehmen, dass sie halt tagsüber eher arbeits- und lebensfähig bleiben dadurch. Denn die meisten Leute, wie gesagt, beschäftigen sich gar nicht damit und sind dann den ganzen Tag kurz vorm Heulen auf der Arbeit und im privaten Umfeld und fressen es immer mehr in sich rein, anstatt es halt einfach mal bewusst rauszulassen. Ja, das waren die drei Themen. Dann der nächste Punkt ist wichtig und zwar bitte keine Weltwunder der eigenen Familie erwarten. Soll heißen, wenn Sie meine Videos schon länger gucken, dann werden Sie, um mich mal geschickt nebenbei selbst zu loben, wahrscheinlich der stärkste von Ihrer Familie sein. Und dabei ist es aber wichtig, halt nicht zu viel von der Familie zu erwarten, denen ihre Trauer und ihre Unbewusstheit auch zugestehen und nicht zu viel Bewusstheit da erwarten oder verlangen. Denn sie haben ja den Bruder verloren, aber ihre Eltern haben ja das Kind verloren und das wiegt oft auch noch heftiger bzw. gibt es da oft auch noch andere Dynamiken, die da mit reinspielen. Und auch die Anzahl an Ehen, die auseinander gehen, wenn ein Kind stirbt, ist astronomisch hoch. Also die Scheidungsrate ist ja eh schon hoch genug, aber man kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass ein verstorbenes Kind eine heftige Belastung für eine Beziehung ist. Und die meisten Menschen kriegen die Kurve da einfach nicht, weil eben die Beziehung so von Trauer überschattet ist. Ich habe auch die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf und das hängt auch sicherlich ein bisschen mit dem Alter des verstorbenen Kindes zusammen. Aber ich weiß, dass die Zahlen astronomisch hoch sind, von daher bitte keine Bewusstheitsweltwunder der Familie, vor allem der Eltern, erwarten. Und dann gibt es noch eine weitere klassische Dynamik, das ist wahrscheinlich der wichtigste Part sozusagen. Und das ist auch wieder eine total irrationale, praktisch komplett verrückte Dynamik auch, wo man denkt, wie können Menschen denn so irrational drauf sein? Aber es ist unheimlich wichtig, die zu kennen. Und zwar gibt es das oft, dass der Überlebende, also sie in dem Fall, des Bruderpaars, das Leben danach nach so einer Aktion, nach so einem Schicksalsschlag nicht so richtig annimmt. Und sich mehr oder weniger bewusst, also meistens unbewusst natürlich, fragt, ja warum nicht ich? Ja, wieso sollte jetzt ausgerechnet ich verdient haben, weiterzuleben und glücklich zu sein, während mein Bruder gestorben ist? Und in der systemischen Familientherapie gibt es da die Annahme, dass der überlebende Bruder dann dem toten Bruder nachfolgen will, sozusagen. Und diese Ansicht teile ich auch, das heißt, das kann man durchaus oft beobachten, dass der überlebende Familienpart, der überlebende Bruder in ihrem Fall, dass der dann einfach oft auch aus Schuldgefühlen das Leben einfach nicht mehr richtig annehmen will und sich dann vergräbt und sagt, ja gut, wenn mein Bruder die Chance genommen kriegt, wieso sollte ich dann jetzt halt hier das große geile Leben kreieren dürfen? Ja, da würde ich ja praktisch meinem toten Bruder den ultimativen Stinkefinger ins Grab rein zeigen. Ja, guck mal hier, was ich für ein geiles Leben lebe, was dir verwehrt wurde. Und die übersteigerte Form davon, die auch nicht absolut unüblich ist, ist, dass der überlebende Bruder sogar Selbstmordgedanken bekommt und eben sagt, ja gut, dann folge ich dir in den Tod, weil da sind wir ja dann wieder vereint. Ja, absoluter Blödsinn natürlich, so läuft das natürlich wie immer nicht, aber erzählen Sie das mal Ihrem Neandertaler Unterbewusstsein. Das heißt, da empfehle ich auch zu sagen, Bullshit, falls diese Dynamik in Ihnen drin ist, ja, wieder liebevoll, aber bestimmt zu sagen, absoluter Bullshit. Hier regiert gerade mein Säugetier und hat merkwürdige Gedanken und Gefühle, aber was mache ich jetzt? Ich nehme jetzt erst recht das Leben richtig an und bin auch täglich dankbar dafür, dass ich eben weiterhin die Chance bekommen habe oder weiterhin die Chance bekomme, mein Leben zu leben. Und wenn da dann wieder Schuld hochkommen sollte nach dem Motto, Gott, mein armer Bruder, ich zeige ihm hier den Stinkefinger, da dann auch wieder sagen, Blödsinn, absoluter Säugetier-Bullshit. Deshalb ist meine Haupthandlungsempfehlung in Ihrem Fall auch oder in diesem Fall generell eben für zwei zu leben. Das heißt, das Beste draus zu machen und damit das Schicksal Ihres Bruders zu ehren, indem Sie sagen, ja gut, jetzt erst recht, wenn ihm das Leben genommen wurde, ja, die die Chance auf Leben genommen wurde, dann muss ich halt doppelt und dreifach leben und sozusagen ein bisschen für ihn mitleben, so gut es eben geht. Denn das eigene Leben jetzt wegschmeißen, wie viele das aber so machen und sich dann praktisch diesen Säugetier-Dynamiken ergeben, naja, das wäre ja doppelt bescheuert, denn was würde das Ihrem toten Bruder bringen, wenn Sie jetzt auch das Leben nicht richtig annehmen, obwohl Sie die Chance noch drauf haben. Und da finde ich dieses religiöse Argument dann ausnahmsweise mal ganz interessant und zwar, ja, stellen Sie sich vor, was Ihr Bruder davon halten würde, wenn Sie jetzt, wo er seine Chance auf Leben eben verloren hat, ja, Ihre dann auch noch wegschmeißen. Das heißt, Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass, wenn er jetzt noch eine Aussage zu dem ganzen Thema tätigen könnte, wie Sie Ihr Leben leben sollen, dass er dann höchstwahrscheinlich, zumindest wenn er jetzt zu Lebzeiten nicht der absolute Oberidiot oder Arsch Ihnen gegenüber war, sagen würde, hier Junge, du spinnst wohl, ich glaube, es hackt jetzt sie zu, dass du dein Leben richtig lebst, das bringt mir überhaupt nichts, wenn du jetzt dich auch noch vergräbst, ja, und deine Chance wegschmeißt. Das heißt, wenn du mir was Gutes tun willst, wenn du mein Schicksal, wenn man es denn so nennen will, ehren willst, dann hau bitte jetzt doppelt und dreifach rein und mach richtig was draus, denn ich bin schon stinkig genug über das, was mir passiert ist, das wünsche ich jetzt auch nicht noch zusätzlich meinem Bruder. Ja, und wenn Ihnen dieses halbreligiöse Gedankenspiel oder Gedankenexperiment nichts bringen sollte, dann stellen Sie sich vor, was Ihr Bruder gesagt oder geschrieben hätte, wenn er sich noch hätte verabschieden können. Ja, ob er jetzt im Abschiedsbrief oder im Krankenhaus liegend gesagt hätte, so Leute, mein Leben ist dann hiermit versaut, bitte versaut Eures jetzt auch, mir zuliebe. Oder ob er vielleicht eher gesagt hätte, Leute, das Ganze ist tragisch genug hier, bitte macht das Beste draus. Wichtig bei diesem ganzen Punkt ist aber, sich nicht zu viel Druck da durchzumachen, weil diese Idee kann ja auch Druck machen, oh Gott, ich muss jetzt doppelt und dreifach für meinen Bruder mitleben und wenn ich es nicht hinkriege, dann bin ich ein Versager, dann habe ich sein Schicksal und seinen Tod nicht geehrt und so weiter. So empfehle ich das Ganze nicht anzugehen, denn auch ein Durchschnittsleben ist natürlich theoretisch absolut okay. Ja, machen Sie sich nicht verrückt, aber warum nicht den Gedanken, den ich relativ positiv finde, im Hintergrund behalten, dass das Leben eben flüchtig ist und nicht unendlich und dass ich das Beste draus machen muss und warum nicht das Schicksal oder das Leben vor allem des Bruders ein bisschen mehr ehren. Ja, so ein bisschen muss ich bei diesem Punkt immer an den Film Der Soldat James Ryan denken, wie der Tom Hanks ihm zum Schluss sagt, earn this oder auf Deutsch, ja, zeigen Sie, dass Sie es wert waren. Ja, dass er praktisch wie so ein bisschen die Verpflichtung mitbekommt, ein gutes Leben zu führen, einen guten Menschen aus sich zu machen und so ähnlich, ja, so in der Richtung empfehle ich es auch ungefähr. Aber wie gesagt, Vorsicht vor zu viel Druck. Und ich muss doch jetzt die Weltherrschaft an mich reißen und Elon Musk werden und die Menschheit retten, nur um meinem Bruder gerecht zu werden. Dann der nächste Tipp ist, ein Foto vom Bruder aufstellen oder überall hin mitnehmen. Ja, das kann helfen, kann aber auch einen komischen Beigeschmack haben. Das müssen Sie testen, wie das für Sie oder ob das für Sie funktioniert. Für viele hat das einen durchaus komischen und traurigen Beigeschmack. Und da habe ich auch mal so eine Story gelesen, dass der überlebende Bruder, also sie, in diesem Fall eine Weltreise gemacht hat und halt immer das Foto vom toten Bruder mitgenommen und dann am Grand Canyon mit dem Bruder sich fotografieren hat lassen und so weiter. Fand ich einerseits ganz cool, aber wie gesagt, kann auch beim einen oder anderen durchaus einen komischen Beigeschmack hinterlassen. Müssten Sie dann mal testen, ob das was für Sie ist oder nicht. Und der letzte Punkt wäre, vielleicht noch was Gutes für die Welt daraus zu kreieren, wenn Sie denn technisch begabt und affin sind. Das heißt, vielleicht könnten Sie ja im Ausnahmefall, im hochtrabendsten Fall, falls Ihre technischen Talente da wirklich liegen sollten, eine Erfindung machen, die diesen Unfall verhindert hätte. Denn, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt sicher in 20, 50 oder spätestens 100 Jahren eine technische Lösung, die diesen Unfall verhindert hätte. Das heißt, vielleicht können Sie da was erfinden, was in den meisten Fällen so nicht stattfinden wird. Ist mir natürlich auch bewusst, dass es ein bisschen träumerisch ist, außer Sie sind jetzt der Elon Musk Deutschlands natürlich und haben das Potenzial in sich, dann machen Sie es. Aber vielleicht können Sie auch was unterstützen, was forschungstechnisch irgendwie in die Richtung geht. Da musste ich beim Lesen Ihrer Mail noch an einen anderen Film denken, und zwar an Demolition Man, wie er in der Zukunft ist und diesen Unfall baut und dann dieser Schaum überall im Auto verteilt wird, was dann wie so ein Wackelpudding ist oder wie so ein besserer Airbag, dass ihm halt nichts passiert. Denn wie gesagt, das Tragische ist ja, oder ein Teil der Tragik ist ja, dass der Unfall Ihres Bruders in 20 oder 50 Jahren wahrscheinlich komplett verhindert werden könnte. Und so Sachen wie Spurhalteassistent und Self-Driving und so weiter, das geht ja teilweise zumindest durchaus in diese Richtung. Ja, das war es mal von mir. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen damit. Ist wie gesagt natürlich einfach eine beschissene Situation, ist eine schwierige Situation, aber meines Erachtens ist es wichtig, auf die klassischen Säugetierstolperfallen hier schwer zu achten und nicht da rein zu tappen. Denn wie gesagt, was würde das Ihnen bringen, was würde das der Welt bringen und vor allem, was würde das Ihrem Bruder bringen, wenn Sie sich jetzt vergraben, den Kopf in den Sand stecken und sich nicht zur vollen Größe aufrichten und Ihr Leben nicht richtig leben. Ja, gar nichts natürlich. Deshalb auch da bitte versuchen, das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht nächsten Dienstag schon passieren und alles sofort und so weiter und scheiß der Hund drauf, wie ich bei vielen Themen ja meines Erachtens sehr zu Recht auch sage, sondern da bin ich der Meinung, kann man sich durchaus ein bisschen Zeit lassen. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, auf etwas Positives hinzuarbeiten. Ja, das soll es von mir für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, da waren ein paar sinnvolle Tipps dabei. Und wenn Sie da noch weitere Unterstützung brauchen, dann bitte ins Forum kommen. Denn da sind, wie bei vielem natürlich, auf YouTube durchaus Grenzen gesetzt, die es so im Forum logischerweise nicht gibt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.